Hallo liebe YouTube-Freunde und auf geht's zur nächsten Folge Detention. Wir haben gerade diesen Fächer bekommen und schauen jetzt mal in die dritte Etage. Das klang jetzt nicht so gut, auch wenn es in Richtung dritte Etage war. Kaputt. These human-like objects are filled with evil over time. Deal with them as whistle lingered. Also dran vorbei schleichen habe ich jetzt nicht gemacht, okay. Full swords gather and accumulate until they begin to twist into a monstrous storm. Und irgendetwas wird noch dazwischen. Welten. Okay, das sind also die, die ich wie mit dem lingered handieren soll, also vorbei sneaken. Mal schneller. Oh, wird eng langsam. Wird eng. Wird eng, wird durch. The glass speakers here are from orbit. Ja, ja, hm. Nichts Neues. Dann geht's jetzt hoch in die dritte Etage. Hier geht's nochmal höher. This goes up to the roof. Okay. The gate is locked. Natürlich. Ist hier eine Wurzel. Roots are growing out of the seams. The door is completely blocked. Aber nur so lange, bis wir unsere Axt haben. Ganz schön viel. Moos? The pungent mossy smell her meats. Was war da hell? War das jetzt? Ach nein, war nur die Lampe. Was war da? Ist überall graz. Na, können wir mal film gucken. Are they? Hier sind Filme. Eindeutig. There are various films on this rack. They seem to be all tangled together. Sind alle ineinander verwoben. Schade. There are various films. Okay. Dann haben wir wohl keinen anderen Film. Achso, nur die Lampe. Nur die Lampe. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's ja gerade erst. Hier ist also der Filmraum. The board's all moldy now. Slogan reads, leave your death in the hands of others. Sie sind auch nicht so sauber hier. Wo ist das? Ah, drei Räucherstäbchen. An unmarked grave embedded in the middle of the room. Shouldn't be anything buried underneath. Buried underneath? There are three unlit incense sticks here. Take incense. Yes. Incense. The Grave of... Wai Chung Ting. Oh, right. Why... He already... Is a legacy of the deceased always just a myrrh rock? The Grave of... Yeah. The Grave of... The Grave of... Yeah. Sacrifice. Und ne Flagge. Ob wir hier nachher noch nen anderen Film gucken könnten oder müssen? Mal sehen. Okay. Hier ist nichts weiter. Wir haben nun drei... Räucherstäbchen für die... Ohhhh! Stand still. Nein! Was denn? Ich hab doch still gestandet. Alter Schwede war das krass. Sag ich nur. You will remain unseen if your face is turned away. Das wusste ich nicht. Stand das... Stand das in der Notiz dazu? Dass ich mich wegdrehen muss? The distressed cries of the weak. When you find yourself powerless, you choose to harm those who have... Ah, okay. Wir sind jetzt an dem Punkt hier. Haben aber die Stäbchen behalten. Das ist ziemlich cool. Und weil es gerade ne Frage war. Das sind sie nicht. Hier. If you chance upon a lantern spirit, avert your gaze. Avert your gaze. Alles klar. Er steht da. Wegdrehen. Später. Bin ich denn gerade? Hier bin ich gerade. Ach halt! Wir haben ja den Wedel schon. Wollen wir den einfach reinpacken. Dann brauchen wir den zwischendurch nochmal. Das Spiel ist bisher scheinbar bugfrei. Das heißt... Wenn ich ihn reinstecken kann, dann wird es richtig sein. Beziehungsweise werden wir ihn nicht nochmal brauchen. Wai Wuchang is holding the fan. Ist das richtig? Ja. Und der andere hat Kette und Wedel. Vielleicht auch nur den Wedel. Die andere hat es so weit unten. Naja. Nicht labern. Weiter gehts. Hoch. Nein, nicht hoch. Warte mal. Runter. Aha. So sind wir also auch an ihm vorbeigekommen. Den brauche ich noch. Aber zuerst mach mir ein Feuerchen. Wobei ich jetzt eigentlich keine Zündhölzer habe. Was war das? Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Denn ich muss an dem... Klatscher kommen. Ja. The prison gate is open. The wooden token on the statue's back is loose. Was ist das ein Schwert oder was? Wooden token taken from the figure in the basement cell. Okay. Dann bringen wir das jetzt auch mal an der Tür an. Und wenn wir gerade dran vorbeilaufen, werde ich auch gleich mal speichern. Und wenn wir gerade dran vorbeilaufen, werde ich auch gleich mal speichern. Danke. So. Schwert. Und au... Geht auf. The chilled air drifts inward. So eine komische pompöse Tür dafür, dass ich in den Hinterhof komme oder was? A copper statue of the president. It can be seen from almost anywhere in the school. Aber ich sehe es jetzt zum ersten Mal. Und somit wäre auch geklärt, dass wir 100% noch in der Schule sind. Wobei das zwischendurch eigentlich keine Frage war. Wir kamen von hier. Gehen direkt weiter. Ist schon wieder eklig Zeug irgendwie. The windows are covered in protective talismans. Bin ich also sicher. Dann rufen wir erstmal jemanden an. Ist das ein Telefon von der Principals Office? Na, weiß ich nicht. Sechs. Zwo. Drei. Noch mal drei. Fünf. Weiss ich. Na dann nicht. Na dann nicht. Da ist nichts wichtiges an den Büchern. Das Kabinett sieht so gut. Da ist eine Karte drin. Da ist eine Karte drin. Roof-Karte. Ja, Roof-Karte. Haben wir... Telefonnummern irgendwo? Nein. Okay, wir haben jetzt den Schlüssel zum Dach. Trotzdem hier noch weiter umschauen. Oh man. Lauf schneller. Mein Atem hält nicht ewig. Okay, das hat tatsächlich so geklappt. Muss also wahrscheinlich nur in dem Moment, wo er sich runter drückt, die Luft anhalten. Ich weiß es nicht. Muss nicht was trotzdem. Was ist das? Was sind das? Was sind das? A metal door inside. There might be another way around. Was? Was sind jetzt? Ach so, jetzt bin ich. Da unten raus. Was? Musik-Room. It was probably last used during our Freshman Chorus Competition. In the middle of the room hangs a birdcage. A puppet lies locked inside. It's got a hood on. I've never seen this style before. Never sit in a hood. Nimmer? Ne. Lies nur noch mal vor. Also ich sag's nur noch mal. Ist ja irgendwie was sichtbares. Nein. Keine Ahnung übrigens. Hier fängt's an. Kein Ton. Also die beiden Weißen sind ohne Ton. Also die beiden Weißen sind ohne Ton. Aber das heißt tatsächlich, ich kann hier irgendein Item hinziehen. Draufziehen oder was? Nein, dann wären die ja. Dann wird es ja trotzdem weiß werden. Auch wenn es das falsche Item wäre. Und mein Hirsch hat ja hier auch nichts zu suchen. Nein, der Schlüssel ist fürs Dach. Gut. Gut. We have music class scheduled every semester. Mostly used as a testing center. Okay. Und dann. Wir machen halt keine Musik. Lichtschalter. Aber Light Switch. Ich kann den jetzt nicht drücken. Aber es ist trotzdem ein Handsymbol. Könnte also noch wichtig werden. Wauw. On the table are some broadcasting equipment. The speakers are emitting a small static sound. You can almost hear whispering. Volume. A large 8-track player is usually used for school broadcasts. The power is connected. Do I just need a stick to stick an 8-track tape in? Sieht so aus. A large. Okay. Yeah. Yeah. 9-11. This should be used to switch tracks. Each tape usually has 4 tracks recorded on it. Was ich ja noch technisch noch gar nicht kannte. Es sind quasi 8 Spuren. Zwei je Lied. Und man kann hin und her schreiten. Cool. Cool, cool. Wo haben wir denn mein Tape? A tree grows through the wall. Ich hab den zweiten Satz nicht gelesen. There are leaves all over the room. Moss grows on the door and windows. Ja. Das haben wir generell auch schon festgestellt. Dass überall Moos wächst. Und hier ist jetzt nichts. Wir haben also diesen Videoprojektor. Wo sie meinte, dass man vielleicht einen anderen Film abspielen könnte. Und wir haben definitiv das hier. Wo noch 100%ig was rein muss. Aber 100%ig. Hier war doch. Ja. Hier war doch. Ich kann mich mal wieder dran erinnern. A pair of moniker hands. Is it a set up for the puppet play? A scene. Is it trying to remind me of something? Ja. Ich glaube ja. Seems like there is something stuck inside the tree. An 8-Track Tape. An 8-Track Tape. Wir gucken noch, ob's hier weitergeht generell für später. Nein. Und dann bringen wir noch fix das Tape in den Raum zum Abspielen. Nach rechts geht's auch. Ich geh erstmal wieder zurück zum Tape. Zum Tape-Abspielgerät. Nein. Is it dark to see anything? Willst du mich verarschen? Mach doch nur die Tür auf. Oh. Na. Drücken. Mann. Oh. Nö. Hier spiel ich jetzt nicht. Spiel's wohl. Ich spiel's wohl. Oh. 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 nationally. And action. We need the music. We will be ninguém connection. And play it! Oh. We killed the people. goats! Und wir sehen uns beim nächsten Teil. Ich habe keine Ahnung.